2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe wieder 36 Fragen für dich vorbereitet. Heute geht es viel um die umweltschonende Fahrweise, beziehungsweise etwas mehr um die Technik und um das Thema Vorfahrt. Also damit ist gemeint, du stehst an einer roten Ampel und du drückst einfach so zum Spaß im Leerlauf aufs Gas drauf. Das verbraucht natürlich extrem viel Kraftstoff und damit wird natürlich auch mehr Schadstoffe ausgestoßen. Bedeutet, dass natürlich auch die Umwelt stärker belastet wird. Wenn bergab im großen Gang gefahren wird. So, pass auf. Das haben wir im letzten oder vorletzten Video, glaube ich, schon gehabt. Wenn du das Gas wegnimmst, dann wirkt die sogenannte Schubabschaltung und das Auto rollt weiter. Umso geringer der Gang ist, also umso kleiner der Gang ist, desto höher ist die Motorbremsleistung und desto schneller kommt dein Fahrzeug durch die Motorbremse zum Stehen. Wenn du bergab in einem hohen Gang fährst, dann wirkt die Motorbremse nicht so stark. Das heißt, das Auto rollt weiter und länger. Und deswegen kreuzen wir die mittlere Antwort hier nicht an, da wir ja Kraftstoff sparen wollen und wir, wenn wir im großen Gang fahren, auch bergab, weiter rollen können und dadurch weniger Kraftstoff verbrauchen. Durch hektische Fahrweise. Ja, das kann man sagen. Umso hektischer die Fahrweise, desto mehr Kraftstoff verbrauchst du. Was weist auf überhöhten Kraftstoffverbrauch wegen starkem Verschleiß oder falscher Einstellung des Motors hin? Kondenswasser, das aus dem Auspuff kommt. Es gibt drei verschiedene Sorten von Qualm, die aus dem Auspuff rauskommen. Weiß, Blau und Schwarz. Weiß ist Kondenswasser und hat absolut nichts zu bedeuten. Es sei denn, es ist übertrieben viel. Dann kann nämlich die sogenannte Zylinderkopfdichtung kaputt sein. Aber ansonsten ist Kondenswasser, was vollkommen normal ist, warm und kalt, ergibt halt Kondenswasser. Starker dunkler Auspuffqualm. Dunkler Qualm ist Kraftstoffüberschuss und das bedeutet, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Blau kann es auch noch sein, das bedeutet Öl. Ja, also wenn es blau oder dunkel ist, dann stimmt irgendwas mit der Einstellung nicht. Welche Fahrweise führt zu hohem Kraftstoffverbrauch? Fahren mit hoher Geschwindigkeit. Das ist richtig. Volles Ausfahren aller Gänge. Okay, jetzt Achtung, damit ist gemeint, damit ist nicht gemeint, dass du nicht alle Gänge benutzen sollst, sondern das Ausfahren aller Gänge bedeutet, du hast ja eine gewisse Drehzahl zur Verfügung. Wenn du den Motor anschaltest, dann liegt dir so bei knapp 1000 Umdrehungen und geht dann hoch bis, wenn du einen Diesel fährst, bis 4500 zum Beispiel. Und das Ausfahren aller Gänge würde bedeuten, du legst den ersten Gang ein, gibst Gas, 1000 Umdrehungen, 2000, 3000, 4000, 4500 und erst dann würdest du in den zweiten Gang schalten. Und natürlich wie beim Fahrrad auch, du musst extrem viel strampeln, um diese Drehzahl zu erreichen und das verbraucht natürlich extrem viel Kraftstoff. Rasantes Anfahren und Unnötiges Beschleunigen. Ja, also alle drei Antwortmöglichkeiten sind hier richtig. Wie fahren Sie umweltbewusst? Bei Grün immer vollbeschleunigen. Also vollbeschleunigen ist natürlich Quatsch. Rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung ausnutzen, wenn die nächste Ampel rot zeigt. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit der Schubabschaltung. Unnötiges Beschleunigen und unnötiges Abbremsen vermeiden. Perfekt, das ist alles richtig. Also die letzten beiden. Wie lassen sich mit weniger Kraftstoff mehr Kilometer fahren? Also sprich, wie kann ich Kraftstoff sparen? Vorausschauend fahren, um häufiges Beschleunigen und Bremsen zu vermeiden. Genau. Also was am meisten Energie verbraucht, ist diese ganze Masse in Schwung zu versetzen. Also wenn du bremst, dann musst du natürlich auch wieder beschleunigen und das kostet am meisten Kraftstoff. Alle Gänge voll ausfahren. Das haben wir ja schon gesagt, das machen wir nicht. So beschleunigen, dass rasch der höchstmögliche Gang erreicht wird. Das ist richtig. Also bedeutet nicht stark beschleunigen, nicht voll durchbeschleunigen. Aber so beschleunigen, dass du baldmöglichst im höchsten Gang fährst. Denn im höchsten Gang verbraucht das Auto am wenigsten Kraftstoff. Wie beim Fahrrad auch. Wenn du im 21. Gang fährst, dann musst du dich nicht so stark anstrengen, als wenn du da im ersten Gang rumstrampeln würdest. Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern? Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten. Ja klar. Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen. Gleichmäßig fahren ist auf jeden Fall genau das Gegenteil von hektischer Fahrweise. Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Ja gut, klar. Also da sind alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Was kann es bedeuten, wenn an einem Fahrzeug blaues Blinklicht jedoch kein Einsatzhorn eingeschaltet ist? Das hatten wir auch schon im letzten Video mit dem Blaulicht und dem Einsatzhorn. Ich weise nochmal drauf hin. Hier rechts oben in der Infocard kommst du auf die Playlist zu allen anderen Videos. An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt. Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt. Ein Abschleppwagen fährt zu einem Einsatz. Auf nebeneinander liegenden Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung endet ein Fahrstreifen. Sie befinden sich auf dem nicht durchgehend befahrbaren Fahrstreifen. Welches Verhalten ist richtig? Okay, da gilt ja das sogenannte Reißverschlussverfahren. Das heißt einer links, einer rechts, einer links, einer rechts. Und wir befinden uns auf dem Fahrstreifen, der nicht weiterhin befahrbar ist. Also sprich, wir müssen einen Fahrstreifenwechsel machen. Erst unmittelbar vor Beginn der Verengung im Reißverschlussverfahren einordnen. Ich lasse mal ganz kurz die Antworten vorlesen. Unmittelbar nach dem ersten Hinweis auf die Fahrbahnverengung in den durchgehend zu befahrenen Fahrstreifen einordnen. Also das ist die Frage. Bei der mittleren Antwort ist gemeint, du hast ein Verkehrszeichen, welches dir darauf hinweist, dass gleich dein Fahrstreifen endet. Wann sollst du den Fahrstreifenwechsel machen? Jetzt gleich bei dem Verkehrszeichen oder am Ende, wenn dein Fahrstreifen endet. Und hier ist die erste Antwort richtig. Also am Ende, wenn dein Fahrstreifen endet. Denn würden alle bei dem Verkehrszeichen schon den Fahrstreifenwechsel machen, dann würde die Straße verstopfen, da du noch vielleicht 500 Meter Straße hättest und die einfach nicht benutzt wird. Beim Einordnen in den durchgehenden Fahrstreifen stets zuerst fahren? Nein. Also da kreuzen wir nur das Erste an. Und damit ist einfach gemeint, dass du die Fahrbahn bis zuletzt ausnutzt. Das ist wichtig und auch so richtig. Wann müssen sie blinken? So, das ist ein Kreisverkehr. Achtung, da gibt es auch Bilder. Da hast du vielleicht ein Vorfahrtgewehren oder auch nicht. Auf jeden Fall fehlt dieses blaue Verkehrszeichen mit den drei Pfeilen drauf. Kreisverkehr. Und das ist ein Kreisverkehr. Dementsprechend wird nur zum Ausfahren aus dem Kreisverkehr geblinkt. Beim Verlassen des Kreisverkehrs. Sie nähern sich folgender Verkehrszeichenkombination. Was ist hier zu beachten? Beim Einfahren in den Kreis muss geblinkt werden. Nein, es darf nicht geblinkt werden. Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt. Das ist richtig. Die im Kreis dürfen fahren, die in den Kreis reinfahren wollen, müssen warten. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden. Das ist auch richtig. Was ist bei diesen Verkehrszeichen zu beachten? Es darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Nein, das hat nichts damit zu tun. Beim Einfahren in den Kreis ist zu blinken. Auf keinen Fall. Das Halten auf der Kreisfahrbahn ist verboten. Genau, das Halten ist verboten. Was ist bei diesen Verkehrszeichen zu beachten? Dem Verkehr auf der Kreisfahrbahn ist Vorfahrt zu gewähren. Ja, damit ist gemeint, dass die auf der Kreisfahrbahn, also die im Kreisverkehr Vorfahrt haben. Das ist richtig. Du hast ja ein Vorfahrt gewähren, wenn du hier ankommst. Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist zu blinken. Wir dürfen nicht blinken in den Kreisverkehr. Beim Verlassen der Kreisfahrbahn ist zu blinken. Da musst du blinken. Achtung, du fährst rechts in den Kreisverkehr ein und fährst dann links im Uhrzeiges hin. Also das Einfahren nach links ist nicht vorgeschrieben. Du fährst nach rechts in den Kreisverkehr ein. Das lassen wir aus. Beim Einfahren in den Kreisverkehr ist Vorfahrt zu gewähren. Genau, du hast ein Vorfahrt gewähren. Sie befinden sich im Kreisverkehr. Was ist zu beachten? Eine Mittelinsel darf nur überfahren werden, wenn dies aufgrund der Fahrzeuggröße unvermeidbar ist. Richtig. Es gibt ganz kleine Kreisverkehre. Die haben in der Mitte keine Blumen, Bäume oder Brunnen, sondern die haben eine erhöhte, ja so eine Plattform vielleicht. Und da könnte man im Prinzip drüber fahren. Du darfst normalerweise dann nicht drüber fahren, es sei denn, du fährst ein so großes Fahrzeug, dass es nicht zumutbar wäre, dass du diesen Kreis fahren würdest. Dann dürftest du da drüber, also wenn es unvermeidbar ist. Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten. Ja. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden. Alle drei Antwortmöglichkeiten sind hier richtig. Welche Besonderheiten ergeben sich in der kalten Jahreszeit beim Befahren von Alleen? Alleen sind im Winter besonders sicher, weil die Baumkronen die Straße vor Schnee schützen. Nein, die sind sogar besonders gefährlich. Wir werden bestimmt auch gleich herausfinden, warum. Auf gepflasterten Fahrbahnen entsteht häufiger und überraschender Reif- und Eisglätte als auf anderen Fahrbahnen. Das ist richtig, gepflastert. Also das sind kleine Pflastersteine, kein Asphalt, sondern kleinere Steine. Und die kühlen schneller ab und dementsprechend können die auch schneller glatt werden. Nasses Laub sowie Reif-, Eis- und Schneeglätte sind vor allem auf gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich. Ja, das ist richtig. Wie können Sie beim Fahren gefahrlos feststellen, ob die Fahrbahn vereist ist? Achtung, gefahrlos feststellen. Kräftig Gas geben. Damit könnte ich es feststellen, allerdings nicht gefahrlos. Bei ganz langsamer Fahrt bremsen. Ja. Lenkung ruckartig hin und her bewegen. Nein. Also, nein. Du machst eine sogenannte Bremsprobe. Das kann auch der Prüfer von dir verlangen in der praktischen Prüfung. Der möchte ja, dass du vorsichtig losfährst. Also wirklich vielleicht nur mit Schrittgeschwindigkeit. Und dann einmal kräftig auf die Bremse drückst. Dann wirst du schon merken. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig fahren? Okay. Da steht anscheinend einer in der Kurve. Wir sehen nichts und es liegt Schnee. Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist. Ja. Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden PKW verengt ist. Ja. Weil die Fahrbahn glatt ist. Alles richtig. Wo müssen Sie besonders mit plötzlich auftretendem Nebel rechnen? So, pass auf. Nebel ist ja nichts anderes als Wasserdampf in gewisser Weise. An Flussläufen. An Seen. In Moorgebieten. Also überall, wo Wasser in deinem Ehe ist. Alles richtig. Was müssen Sie tun, wenn vor Ihnen ein Nebelfeld die Sicht stark behindert? Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen. Sehr gut. Ja. Das ist ganz wichtig. Also einfach mehr Abstand halten. Mehr Abstand halten. Ach, da steht es ja. Und Geschwindigkeit so anpassen, dass du natürlich noch innerhalb deines Sichtfeldes anhalten kannst. Dicht aufschließen, um sich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs zu orientieren. Nein, das ist falsch. Mehr Abstand. Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern. Ja. Sie fahren mit 30 Kilometer pro Stunde. Dabei beträgt der Bremsweg bei einer normalen Bremsung 9 Meter nach der Faustformel. Wie lang ist der Bremsweg unter gleichen Bedingungen bei 60 Kilometer pro Stunde? Das können wir ausrechnen. Bei 60. Geschwindigkeit geteilt durch 10. Das wären 6. 6 mal 6 sind 36. Das sind hier. 36 Meter. Okay. Wenn du nicht weißt, wie man das ausrechnet, Link unter dem Video in der Videobeschreibung kommt. Damit kommst du zum Videokurs. Und da habe ich auch alle Formeln erklärt, die du für die theoretische Prüfung brauchst. Das ist ein Andreas Kreuz und sagte, dass hier gleich der Bahnübergang kommt. Und in der Mitte hast du noch einen Blitz und das warnt dich vor freiliegenden Oberleitungen. Der Schienenverkehr hat immer Vorrang. Das ist richtig. Andreas Kreuz gibt dem Schienenverkehr Vorrang. Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen. Ja. Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. Genau, richtig. Vor einem Bahnübergang steht vor einer von rechts einmündenden Straße ein rot leuchtendes Lichtzeichen ohne Andreaskreuz. Wo müssen sie warten? Also Bahnübergang haben wir ja schon gesagt. Wenn irgendwelche Einrichtungen wirksam werden, dann bleiben wir dort stehen. Wenn wir kein Andreaskreuz haben, so wie hier, dann... Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor dem Lichtzeichen. Ich kann nach Beobachten des Verkehrs bis zum Bahnübergang vorfahren. An der Haltlinie. Okay, eins und drei. Im Prinzip ist es ja so wie eine normale Ampel an der Kreuzung auch. Wie können Sie auf der Autobahn Hilfe anfordern? Über Notrufsäulen? Ja. Über Autobahnraststätten? Ja. Über die Telefonnummern 112 oder 110? Auch richtig. Wo ist bei dieser Ampel mit Grünpfeilschild vor dem Abbiegen nach rechts anzuhalten? Genau, wir haben ja eine rote Ampel und ein Grünpfeilschild. Und wenn wir rechts abbiegen wollen, dann dürfen wir das ja auch bei rot machen. Allerdings müssen wir erst davor... An der Haltlinie. An der Haltlinie anhalten. Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung oder Einmündung. Genau, also genau das gleiche wie gerade eben bei dieser Zwei-Phasen-Ampel auch. Es muss nicht angehalten werden. Das ist falsch, wenn die Ampel rot ist. Auch wenn du ein Grünpfeilschild hast, musst du davor anhalten. An der Einfahrt in ein Industriegebiet steht das Andreas-Kreuz mit dem Zusatzzeichen Industriegebiet, Schienenfahrzeuge haben Vorrang. Was haben sie zu beachten? Das bedeutet, dass in dem ganzen Industriegebiet Schienenverkehr Vorrang hat. An Bahnübergänge nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren. Genau, sodass du halt noch anhalten kannst und gut reagieren. Kraftfahrzeuge haben an Bahnübergängen ohne Andreas-Kreuz Vorrang. Nein. Schienenfahrzeuge haben an allen Bahnübergängen Vorrang. Genau. Was müssen sie beachten, bevor sie in einen Tunnel einfahren? Sonnenbrille abnehmen. Ja, klingt komisch, das ist aber richtig. Nebelscheinwerfer einschalten. Auf keinen Fall. Die Nebelscheinwerfer, die sind ja vorne am Fahrzeug. Und dürfen nur bei erheblichen Sichtbehinderungen durch Regen, Nebel oder Schneefall angeschaltet werden. Achtung, nicht zu verwechseln mit der Nebelschlussleuchte. Die darf ja, beziehungsweise muss, bei Sichtweiten unter 50 Meter bedingt durch Nebel angeschaltet werden. Auch alles verpackt im Videokurs unten in der Videobeschreibung. Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abländlicht fahren. Ja. Und das mit dieser Meteranzahl und sowas, alles im Videokurs. Wie müssen sie sich bei einem Stau im Tunnel verhalten? Bei Stillstand mit ca. 5 Metern Sicherheitsabstand zum Vordermann anhalten. Ja, das klingt gut. Das klingt sehr gut, denn man weiß ja nicht, was passiert, wenn zum Beispiel Feuer ausbricht und es kommt die Feuerwehr, dann müssen eventuell ein paar Fahrzeuge verschoben werden. Und da ist es gut, dass man ein bisschen mehr Sicherheitsabstand einhält. Warnblinklicht einschalten. Ja. Fahrzeug sichern und umgehend verlassen. Achtung. Wie müssen sie sich bei einem Stau im Tunnel verhalten? Ein Stau, okay. Wenn es brennt, dann müssen wir das Fahrzeug sichern und umgehend verlassen. Bei einem Stau machst du das natürlich nicht. Das wäre ja vollkommen übertrieben. Für was denn? Also wenn es brennt, dann haust du natürlich ab. Aber beim Stau musst du nicht dein Fahrzeug verlassen. Wodurch kann die Aufmerksamkeit bei einer Tunneldurchfahrt beeinträchtigt werden? Tunnellänge. Ja, also wenn der Tunnel zwei, drei Kilometer lang ist, dann kann es schon schlauchen. Gute Fahrbahnmarkierung. Beleuchtungsreflexionen durch den Gegenverkehr. Das letzte ist auch richtig, weil es sich ablenken kann. Sie fahren mit Tagfahrlicht in einen so gekennzeichneten beleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich? Ich brauche kein Licht einzuschalten. Ich schalte das Abblendlicht ein. Ich schalte das Standlicht ein. Also, wenn du in den Tunnel fährst, dann musst du das Licht anschalten. Und zwar nicht das Standlicht und nicht das Tagfahrlicht, sondern das Abblendlicht. Das schaltest du immer bei schlechten Sichtverhältnissen ein. Was ist bei einer Tunneldurchfahrt besonders zu beachten? Hinweise auf Sicherheitseinrichtungen wie Notausgänge und Notruftelefone. Genau, das sollst du dir laut Prüfungsfragen merken. Ablenkung durch sehr starke Geräusche. Ablenkung durch Lichteffekte. Genau, hatten wir ja gerade eben bei der Frage davor. Welche grundlegenden Verhaltensregeln müssen Sie im Tunnel beachten? Anweisungen und Informationen des Tunnelpersonals Folge leisten. Immer natürlich. Das ist ja auch bei dem Bahnübergang so. Auch am Tage im gut beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren. Richtig. Nicht wenden. Das stimmt auch. Du darfst im Tunnel nicht wenden. Du darfst natürlich überholen, aber du darfst nicht wenden. Wie verhalten Sie sich in einem Tunnel mit Gegenverkehr? Zum Überholen Fahrstreifenbegrenzung überfahren. Nein, die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden. Nicht wenden. Genau, wir dürfen nicht, wie verhalten Sie sich? Wir dürfen nicht wenden. Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren. Okay, Moment, ganz kurz. Wie verhalten Sie sich in einem Tunnel mit Gegenverkehr? Wie verhalten wir uns in einem Tunnel mit Gegenverkehr? Also nicht wenden. Zum Überholen Fahrstreifenbegrenzung überfahren. Nein. Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren. Nicht überfahren. Okay, das ist richtig. Jetzt muss ich selber nochmal hier alles komplett mir anschauen. Klar, das wäre der Optimalfall. Bitte nicht auf der Fahrbahn, wenn es geht, sondern da gibt es dafür vorgesehene Pannenbuchten. Nein, bitte abstellen, denn im Tunnel sammeln sich ja die Abgase. Natürlich. Wenn du andere warnen möchtest, dann schaltest du das Warnblinklicht ein. Tunnels nähern Sie sich einem Stauende. Wie verhalten Sie sich? Wenden und den Tunnel verlassen. Nicht wenden. Am Stauende Motor abstellen und das Fahrzeug verlassen. Stauende, also nicht das Fahrzeug verlassen. Okay, den Motor kannst du ausmachen. Das ist gar nicht schlecht. Das ist sogar gut. Aber bitte nicht das Fahrzeug verlassen. Warnblinklicht einschalten. Ja, du schaltest das Warnblinklicht ein. Motor abstellen ist okay. Da sich ja, wie gesagt, die Abgase im Tunnel bündeln, aber nicht das Fahrzeug verlassen. Sie bemerken im Tunnel einen Unfall. Was ist zu tun? Warnblinklicht einschalten. Notdienste über Notrufstation informieren. Fahrzeug nicht verlassen. Naja gut, was heißt Fahrzeug nicht verlassen? Wenn ich die Notdienste über die Notrufsäule... Notdienste über Notrufstation informieren. Dann muss ich ja aussteigen. Ja, okay, also natürlich kann ich aussteigen. So, letzte Frage. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Im Falle einer Panne soll in der angekündigten Pannenbucht gehalten werden. Wenn möglich natürlich, ja. Also das ist das Zeichen für eine Pannenbucht. Um eine Pause zu machen, darf hier gehalten werden. Nein, das ist nur für Pannenfahrzeuge. In der nächsten Pannenbucht kann ein Fahrzeug stehen. Das kann natürlich passieren. Ja, du bist dann nicht der Einzige auf der Straße. Ja, alle Fragen, alle Antworten richtig. Wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst bei deinem Führerschein, unten in der Videobeschreibung gibt es den Link zum Videokurs. Da erkläre ich ganz viele Fragen und Antworten zu zehn verschiedenen Themen. Wenn es dich interessiert, welche Themen, dann klick doch mal auf den Link drauf. Da steht dann alles in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.